liebe freunde in diesem video möchte ich gerne eine sache besprechen und zwar der wechsel von der degressiven afa zur linearen afa paragraf 7 absatz 2 estg was geht hier ab wie müssen wir das ganze machen also wollen wir doch mal schauen wollen wir doch mal schauen was da hier so abgeht ich habe das ganze mal vorbereitet lombierscher roter faden und zwar folgendes paragraf 7 absatz 1 estg sagt doch normal ist steuerrechtlich die lineare abschreibung so nun ist es aber so dass paragraf 7 absatz 2 dem entgegensteht als lex speziales und das lex generales bricht das spezielle recht weiter unten stehende recht widerspricht insofern dem paragrafen 7 absatz 1 widerspricht insoweit muss man korrekter weise sagen dem paragrafen 7 absatz 1 und zu überprüfen sind natürlich hier die voraussetzungen ist die voraussetzung dass das wirtschaftsgut angeschafft wurde in den jahren 2020 oder 2021 was aber der fall ist in der aufgabenstellung die ich besprechen möchte so da habe ich hier mal eine schöne aufgabenstellung mitgebracht und zwar jene die mir bei facebook kundgetan wurde aus einer prüfung der vergangenen tage die prüflinge werden sich erinnern so eine maschine wurde gekauft im jahre 2021 am ersten april interessanterweise also ein schelm wer böses dabei glaubt listenpreis 300.000 euro rabatt wurde gewährt skonto wurde gezogen außerdem kommen anschaffungs nebenkosten hinzu weil diese speditionsgeschichte dort notwendig ist für den betriebsbereiten zustand auf acht jahre wird das ganze hier verteilt anschaffungskosten hatte ich in einem anderen video ausgerechnet 282 1500 soll und diese 282 1500 sind nun wichtig um hier den abschreibungsplan auszurechnen wir sollen uns steuerrechtlich möglichst arm rechnen das bedeutet dass wenn die degressive abschreibung einen höheren abschaffungsbetrag ergibt dass da natürlich auch der ja der gewinn niedriger ist weil ich dadurch eben wenn ich mehr abschreibe auf einen niedrigeren gewinn gelangen und insofern ist es ganz attraktiv das hier zu machen dann wollen wir doch mal gucken dann wollen wir doch mal nochmal hier den roten faden anschauen also die voraussetzung ist hier erfüllt gewesen das ganze wurde angeschafft wurde angeschafft im jahre 20 21 und also hier in dem zeitraum der der anwendung des paraben 7 absatz 2 estg und damit hier der degressiven abschreibung vorausgesetzt ist nutzungsdauer die nutzungsdauer ist wichtig um den linearen satz auszurechnen und zwar erstens erstens also müssen wir das kalkulieren die den linearen satz wissen um dann hier 1 durch n und so weiter mal 100 zu machen zweitens dann das und drittens das drei schritte sind notwendig um hier korrekt dann den abschreibungsbetrag zu kalkulieren erstens nutzungsdauer die nutzungsdauer war hier 8 n gleich 8 ergo ist das hier 1 durch 8 mal 100 das gibt 12,5 prozent steht so drin paragraf 7 absatz 2 satz 2 estg gerne nachrechnen unbedingt nachrechnen immer schön überprüfen was der da vorne sagt ganz wichtig dass es aktives lernen dass es kritisches lernen immer hinterfragen was andere erzählen schritt 2 davon maximal das 2,5 fache 2,5 fache das 2,5 fache des linearen satzes ergibt 2,5 x 12,5 prozent das ergibt 31,25 prozent als abschreibung hier als abschreibung als die aggressive abschreibung die degressive funktioniert so dass ich vom jeweiligen restbuchwert der vorperiode meinen prozentsatz dann bilden so und schritt drei des lombier koch rezept schritt drei maximal aber 25 prozent wenn also diese zahl die dort bei schritt zwei rauskommt nämlich jene hier wenn diese zahl größer sein sollte als 25 prozent dann beschränke ich die zulässige abschreibung die degressiv genommen wird und gerechnet wird auf 25 prozent wenn nicht wenn das was hier rauskommt kleiner sein sollte als 25 prozent dann nehme ich diese zahl aus schritt zwei und nicht etwa die beschränkung durch 25 prozent so und dann und das ist jetzt interessant wird dann folgendes gerechnet zwischen der degressiven der linearen abschreibung wird also sich dann jährlich jahr für jahr neu entschieden wird sich neu entschieden mein gott entscheidet man neu und frau auch und prüft wie lange degressiv abzuschreiben ist so dass die lineare nicht irgendwann oder solange wie die degressive größer ist als die lineare abschreibung wird degressiv abgeschrieben erst dann wenn die lineare abschreibung zum ersten mal höher ist als die degressive dann wird degressiv abgeschrieben will sagen dann wechseln wir von degressiv nach linear bän also huiuiui das ist ja ganz schön mal ganz schön hartes holz hier dann mal linsen hast du lust sollen wir hier mal uns um die aufgabenstellung kümmern das was ich gerade erzählt habe habe ich hier noch mal zu papier gebracht wenn man das papier nennen möchte so im ersten jahr wir schaffen an im jahre 2021 jetzt nicht falsch verstehen also wir schaffen die maschine an diesen vermögensgegenstand dieses wirtschaftsgut über steuerrechtlich sagen würden wir schaffen dieses wirtschaftsgut an im jahre 2021 so und jetzt mal beispielsweise das hier rechnen wollen doch das mal kalkulieren wie komme ich denn darauf wie komme ich auf diese schöne zahl von 26.484 euro und 38 cents nun das ist doch so dass ich 282 1500 rechne eben angenommen ich würde nämlich linie abschreiben dividiert durch acht das gibt eine jahresabschreibung von 35.312 euro und 50 cent und dann weil ich ja im april erst los lege muss ich § 7 absatz 1 satz 4 beachten die monatsgenaue abschreiben steuerrechtlich die monatsgenaue abschreiben 7 absatz 1 satz 4 estg also noch mal jetzt habe ich die zahlen vergessen 282 1500 durch 8 mal 9 durch 12 ergibt dann 26.484 euro und 38 cents wenn ich hingegen degressiv abschreiben mit dem ausgerechneten abschreibungs prozentsatz von 25 prozent in meinem kochrezept hatten wir 25 prozent ausgerechnet und das muss ich erst mal tatsächlich so kalkulieren na ansonsten es könnte auch etwas rauskommen was kleiner ist als 25 prozent es muss halt nur größer sein als 12,5 prozent es muss halt nur größer sein hier als die lineare geschichte damit wir überhaupt mit degressiv anfangen so wie komme ich also auf die degressive abschreibung von hier 52.968 euro und 75 cents nun nun da habe ich doch mal zu kalkulieren 282.500 durch 4 und dann mal 9 durch 12 und komme auf 52.968 euro genau 52.000 also nochmal geometrisch degressiv ich nehme die bemessungsgrundlage die anschaffungskosten von 282.500 multipliziere mit einem viertel also mit 25 prozent und beachte dann noch die steuerrechtlich monatliche die 968 so und weil das höher ist weil der grüne betrag höher ist als der gelbe betrag schreibe ich den grünen betrag ab ich schreibe doch den grünen betrag ab fertig das heißt ich nehme diese zahl unterstreichen wir mal in rot die zahlen die ich dann tatsächlich abschreibe das heißt das was hier geschieht ist ein vergleich das was hier geschieht zwischen der zwischen der möglichen linearen abschreibung zwischen der möglichen linearen abschreibung und der möglichen zwischen der auch möglichen degressiven abschreibung das was hier geschieht also ist ein vergleich und dann erst entscheide ich mich und dann erst entscheide ich mich, und zwar hier für 52.968,75 Euro. Das ergibt dann nämlich 229.531,25 Euro am Ende des Jahres. Und zwar 282.500 minus 52.968,75 bam, bam, pitch, batsch, 229.531,25 Euro. Yes. So, nächstes Jahr, wo wir jetzt nicht mehr unterjährig etwas haben, sondern ganzjährig abschreiben können, also zwölf volle Monate. Übrigens, wer genau hingeguckt hat, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ui, 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 in der Klausur waren neun Jahre angegeben, was ja auch klar ist, die Nutzungsdauer ist zwar acht, aber dadurch, dass im ersten Jahr unterjährig begonnen wird, gehen wir noch ins neunte Jahr rein und haben nicht acht. Wir haben acht Jahre, aber nicht acht Kalenderjahre. Wir haben über neun Kalenderjahre, das Ganze hier zu verteilen, aber insgesamt einen Zeitraum von acht Jahren. Will sagen, das heißt, ne, manche sagen, ich sage immer, will sagen. Speziell der Markus aus Düsseldorf. Grüße gehen raus nach Düsseldorf. So. Will sagen, hier dann, was wollte ich sagen? Will sagen, dass wir, also, jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Ist egal. So. Es war ja alles korrekt. 229.531 Euro werden also dann genommen und im nächsten Jahr abgeschrieben und zwar ganzjährig. Genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar schreiben wir hier das ganze Jahr so und haben acht Jahre auf neun Kalenderjahre zu verteilen. So sieht es aus. Nächstes Jahr. Im nächsten Jahr geht es weiter. Das da. 229.531 Euro und dann wieder lineare Abschreibung. Die lineare Abschreibung. Und jetzt müssen wir aufpassen. Wie viele Monate haben wir hier? Wir haben doch da noch am Anfang hatten wir zwölf Jahre, also acht, zwölf, hatten wir acht Jahre als zwölf Monate, also 96 Monate. Hier haben wir jetzt noch 87 Monate. Wir haben noch 87 Monate. So. Und genau. Weil wir bei 96 Monaten gestartet waren und neun Monate jetzt schon abgeschrieben sind, sind wir bei noch 87 Monaten. Das heißt 229.531,25 durch 87 mal 12. So kommen wir dann auf 31.000 so kommen wir dann auf 31.659 Euro und 48 Cent. Also auf diesen gelben Betrag. Nochmal, dieser gelbe Betrag ergibt sich, wenn wir so, wenn wir hier genau, wenn wir das nehmen oder das, wenn wir 229.531 Euro nehmen und dann durch 87 Monate dividieren, durch 87 Monate und dividieren, die wir ja noch haben und dann mit 12 multiplizieren, also 229.531 durch 87 mal 12, dann kommen wir auf die lineare Abschreibung, die wir dann hätten, man beachte den Konjunktiv, in Höhe von 31.659 Euro und 48 Cent. Aber vergleichen wir das mal mit der degressiven Abschreibung. Die degressive Abschreibung hier von 57.382 Euro und 81 Cent, wenn wir 229.531 mit einem Viertel multiplizieren. 229.531 Euro und 25 Cent durch 4 oder mal 0,25 was ja dasselbe ist, 57.382 Euro und 81 Cent. was höher ist. Was höher ist als die lineare Abschreibung. Und so machen wir das weiter. Und so machen wir das weiter. Zum Beispiel hier. Denn wir haben ja jetzt wieder, wie viele Monate haben wir noch? Noch 75 Monate. Noch 75 Monate. Und dann 75 minus 12 und dann 75 minus 24 und so weiter. Das heißt, wir rechnen hier gewissermaßen nicht auf die Jahre, sondern auf die Monate. Wir rechnen monatsgenau, weil ja am Ende dann noch dieser Schnickel kommt im Jahre 2029 mit drei Monaten, die wir dann noch haben. Sehr schön. So, und also 172.148,44 durch 75 mal 12 müsste ergeben 27.543,75 Euro. Was aber kleiner ist als diese Zahl 172.148,44 mal 0,25. So, und das ist so lange kleiner und andersrum gesagt, solange es kleiner ist, solange die lineare Abschreibung geringer ist als die geometrisch degressive Abschreibung, schreiben wir geometrisch degressiv ab. Und irgendwann aber irgendwann aber wird die lineare Abschreibung plötzlich größer. Nämlich nach dem Jahr 2025, wo wir noch 39 Monate nach Adam Riese und Daniel Lombeer und IHK haben und allen Prüfern dieser Welt. So, also genau 72.625,13 müsste jetzt klappen durch 39 mal 12, sodass wir dann auf diese lineare Abschreibung dann gelangen und wenn wir einmal gewechselt haben auf die lineare Abschreibung dann wechseln wir nicht wieder zurück. Dann bleibt die lineare Abschreibung größer. Dann bleibt die lineare Abschreibung größer als die geometrisch degressive. Und am Ende kommen wir auf 0. Wow! Wenn wir auf 0 kommen am Ende, dann ist das immer ein gutes Indiz dafür, dass wir sogar richtig gerechnet haben. Das war also der Wechsel von der degressiven Abschreibung. Übrigens, das ist eine geometrisch degressive Abschreibung, wie man aus der Kostenrechnung weiß, aber das spielt hier nicht die Rolle. Nichts arithmetisch degressiv, sondern geometrisch degressiv. Und das war also ein Video zum Wechsel zwischen der degressiven Abschreibung steuerrechtlich gesehen zur linearen Abschreibung, weil wir uns ja steuerrechtlich möglichst arm rechnen sollten. So sieht es aus. So, nur so und nicht anders. Viel Spaß beim Lernen.